Was ist das Thema Gefahrgutlagerung? Da ist man froh, wenn man regelmäßig Neuerungen und Tipps und Tricks bekommt. Ja, sehr informativ. Vor allen Dingen auch die Verknüpfung zwischen den verschiedenen Fachgebieten. Gefahrgutrecht, Gefahrstoffrecht, Umweltrecht, Betriebssicherheitsverordnung, also Arbeitsschutzrecht. Und dass das wirklich auch mal dargestellt wird, wie das ineinander greift. Explosionsdemonstrationen. Drei, zwei, eins. Die Referenten bewerte ich sehr gut. Ich nehme jetzt schon regelmäßig einmal im Jahr an dieser Veranstaltung teil. Ich hatte auch schon den Herrn Hortmann bei uns in der Firma für einen Vortrag wegen Explosionsgefahren von Gasen und so. Also wir sind da sehr zufrieden. Auch das Drumherum ist sehr angenehm mit den Pausen, mit den Gesprächen, mit den aus anderen Unternehmen, mit denen man sonst eben nicht so zu tun hat. Aber man kann ja auch über den Tellerrand gucken. Das ist ganz wichtig, dann der Erfahrungsaustausch mit anderen. Bye-bye.